Und das? Gott sei Dank streame ich nicht. Ich find's super. Darum geht's. Es geht darum, bei Leute geht's darum, Spaß zu haben. Und tutsala. Und vor allem, das war eine gute Idee mit dem Licht. Mit dem Licht an die Wand klatschen. Also das sieht ihr, ich seh ein bisschen blasser aus, aber ich leuchte nicht mehr. Und ich hab braune Haare irgendwie. Ja, dann musst du ganz einfach richtig ein Blatt Papier nehmen. Ja, das überlege ich. Aber das Ding ist so heiß, ey. Ich hab das vorhin mal, weil ich's umdrehen musste und noch mal den Winkel verstellt habe. Ich hab das wirklich nur vielleicht eine Viertelstunde angehabt. Und das war schon richtig heiß. Also ich glaub, das Blatt verbrennt. Ich muss das wirklich in großem Abstand davor machen. Da kannst du echt, da kannst du jemanden töten mit. Nach zwei Minuten noch was grillen oder so. Jetzt heute wegbrennen. Ich hab echt Angst um meine Gardine so ein bisschen. Wenn die so braun anläuft. Du lästert ja nicht unbeaufsichtig. Vati, du hast Fleisch. Hast du das trainiert? Ja, natürlich. Gut Job, Mann. Wie denkst du? Ich hätte gedacht. Ich habe nicht nur Fleisch, ich habe auch Teleport. Ja, Teleport ist klar. Ja, dann musst du aufpassen. Wo es auftaucht. Ja, ich weiß. Wo gerade die Lane gerade zerstört ist. Da gehst du noch mal auf den Gegner hin. Ja, wo das alles sammeln, dann irritiert die alle. Zuerst gucken die auch nicht halbe Minute. Das ist der beste Teleport, den ich je in dein Leben gesehen habe. Aber man muss sagen, du bist auf jeden Fall sehr fixiert. Und schauen, um sowas einzureißen. Was ja manchmal komisch ist, aber sehr oft praktisch. Objektives for the win. Objektives for the win. So, ich würde vorschlagen, wir machen den hier. Wir sind an so einen brutalen Rücken, ey. Guck, zieh dir den Rücken ein. Ein? Ja, ein. Was denn, das bist du, Ivan? Ey, brutal, das Ding. Ohne Scheiß. Du musst dir aber auch meine Beine reinziehen, Ivan. Das sind ja deine. Meine Beine können meinen Oberkörper nicht tragen. Das ist das Problem. Everyday Upper Body Day. Barty, hol dir am besten noch ein paar Tränke. Seh ich gerade. Ich überlebe so. Alles klar. Das ist awesome. Wollen wir nicht unten lang gehen? Bei den Korntränken, da kann ich nur einkaufen. Das Getränke habe ich schon geholt. Moti gerade aus Kölschrand. Daaa. Das ist natürlich auch eine Variante. Ich habe übrigens den Tangle geskillt. Bist du gut? Ja. Ich habe die Laterne geskillt. Don't lay me down. Oh, du bist ganz schön nötig. Oh. Machen wir? Radi oder? Ja, wollen wir oder nicht? Nein, wir müssen. We have to. We do what we must. Du wirst so sagen. Radi komitier. Minions have spawned. Oh Gott, ich ahne. Ich ahne den Tod eines Hundes. Ich ahne den Tod eines Hundes. Ja, ja. Soll ich meine passive verschwenden oder was? Fadi, du kannst schon in die Mitte gehen, Fadi. Das machen wir hier ganz entspannt. Hast du auf jeden Fall gelohnt hier den Engel zu... Ja. 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 Der ist ja mein... Ich dachte zuerst, ich gucke den falsch. Ja. Oh. Ich habe eine. Das ist echt lustig. Ja. Du hast ja Ivan, der dir ein paar Gangs gibt. Ja. Babysit Mitte. We go. We go. Da go. Das ist ja ein Tangle am Anfang. Oh, das war gut gemacht von ihm. Also... Ah, das hätte aber schlecht... von mir... ...kühlen können... ...die ich getroffen hätte. Ne, er hätte ja kein Flash oder sowas gebraucht, oder? Exhaust ist noch draußen. Exhaust hat er auch noch gebraucht. Ja. Das war eigentlich auch schon ziemlich nice. Ah, ich wollte gucken, ob die reicht, weil die reicht. Vati, Vati, ich komme jetzt gleich mit. Wenn du... Wie lange brauchst du noch auf dein Queue? Good down, Vati? 10 Sekunden. Wie viel? 10. 10? Natürlich. Ja, aber es ist schon zu... Was meinst du diese Bramse, oder wie? Ja, nein, die ist fest in dein Queue. Ja, ja. Ich bin bereit. Ja, wenn die auf dich drauf kommt, jetzt mach mal auf die, komm. Ja, ich habe... Ja, was? Ich habe nie getroffen, sorry. Ja, ich bin tot. Nein. Bist du nicht. GG. Ich muss auch immer noch in der Mitte gucken. Du siehst, dass die Bordein einfach nur dasteht. Und einfach nur... Gucken, gucken. Das ist super. Fantastisch. Ich weiß gar nicht... Müsste aber an, der Nexus ist Bronze 3. Laut... Laut seiner eigenen Aussage. Ein bisschen warm werden. Das ist erst das Spiel heute. Ja, ja. Kein Problem. Noch nichts passiert. Ich rufe dich schon. Elmis. Oh. Okay. Ich bin weg. Hä? Wurde weg. Wurde weg. Wurde condemned. Mich wurde condemned, ja. Aber ich habe jetzt nicht... Exhausted irgendwie. 10 Sekunden. Wurde weg. War gut gemacht mit dem Ausweichen. Wieso... Was macht das? Ja, ich hatte diesen Server lag. Ist lag bei mir immer... Oh, fein. Okay, ich bleib da. Nee, nein, 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 nein. Das war mein Fehler. Ich bleib da, Nasus ist hier. Ja, den habe ich gesehen. Lass ihn töten. Ja, ja. Liegen wir noch. Hier, nimm. Nice. GG. Insek. Insek. Insek for the win. Ich werde Insek, ja. Flach. Lay me down. Insek ist einfach nur... DSDS, Ivan. Adi ist hier. Adi, komm. Ich bin so langsam. Du hast das Q geschafft, Stefanie. Okay. Weicht. Weicht. Wir haben den richtigen Moment. Wir haben geflachet. Oh, Nasus. Okay, ja. Ich töte Nasus, nimmst du. Ihr kommt aber zu mir. Ja, ich war nicht tot. Na gut, halb tot ist hier nicht irgendwie... Wtf? Oh. Nee, wir können die nicht töten. Wir haben zu viel Leben. Enderatum. Underneath the ground. Sieht so gut aus. Ja? Eigentlich ganz gut. Oh lol. Ups. und ich baue ein bisschen mann also bis um level 6 ich glaube die geht es ordentlich wenn ihr das macht werde ich dir kommt zu mir kommen hier die näher hier kommen hierher so in dem hierher wenn du dich an keine aber ich habe keine fähigkeit ist ja egal ich bin da jetzt kommt doch mal hierher hier so hin war die ja hier lauf hier so rum dass sie dich angreift dies level 6 über die angreifen oder die riecht in braten und das ich hab dann herr geht es bei es was sie warum 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 dann bei mir ich bin gespannt was du dir kaufst faddy trommelwirbel das ist ja super abgeschmiert kommt ihr mal ein bisschen max kommst du mal ein bisschen mal hier ein bisschen mit der laterne entgegen ich bin bei mir ist gerade ein disconnect nasus ist super low und die wollen blubuff machen glaube ich ja das wird noch miss ja ja die ist hier jetzt geht es bei mir wieder passen botlen ein prozent ja gut was soll ich mal ich sehe es nicht muss mir sagen mir eher sagen da hier ein e hat nicht getroffen hatte die ist notarer push thema max von der laterne willst du schon raus laterne na klar ist ari und nasus gleich naja ich kann das nicht schreien also naja bei mir ist jetzt kurz der das stream abgeschmiert aber jetzt wieder da kommen wir kurz zu internet raus ich war im ts drinnen aber aus dem lol und aus dem obs bin ich rausgeflogen na ts muss man länger disconnected sein da reichen diese sekunden bis nene du hast ein bisschen im klickloch ok wo der towershot ich flog ja gefühlt eine halbe stunde daher danke für dich fürs bescheid sagen damit es nicht geguckt also wenn du nicht falsch gewesen wärst wäre ich glaube ich nicht weggekommen ja das ist das was wo andere supporter so einen riesen nachteil haben sie kommen mit der mit die können mit der utility nicht hinterher halten das ist ja das ist dieser eine spell halt scheiße ich habe solche entweder muss ich sprache ausschalten so dass zu langsam bei mir ja das war doch immer schon bei dir mit ts ist immer schwierig ja ja aber ich glaube du hast jetzt ein neues internet des ember dachte ich jetzt das hat mit internet nichts zu tun das mit rechner ja der rechner kannst du nicht noch was unterstellen im spiel dann also lieber nehme ich die sperre aus das wäre bis schade faddy ja würde der unterhaltungsfaktor werden das versuch lieber beim spiel beim spiel irgendwas unterstellen aber hat er schon immer gehabt max immer auf schatten aus ja ok ich habe jetzt fast 2000 auflösung ja mach das ein bisschen ein bisschen runter ja mach das ein bisschen ein bisschen runter 720 ist auch target ihn ok sie ist trotzdem geslowed auch gut gedodged oh die alternative ist auch immer ach scheiße aber ich wollte die slow'n oh god oh god jvon ich bin eh out of pods du müsstest gleich ein top kommen ich dachte dass die so delayed kommt ne die einfach nur ein save ja ich habe hier nasus grad irgendwie ja die beschleunigt du bist langsam ja das geht noch ein bisschen der hätte sie sowieso weg tumblen können also ich hab gern Bock dass die land komplett durchpusht komm jetzt hoch ich töte die als kampf ok ja da noch ein ward bis 11.30 lieg das ding eigentlich weiter als äh der strich angezeigt wird nein ok ja auch ein bisschen arschig ja kann das sein bei einigen spells ist das ein bisschen ungenau zinnig klingen ist auch manchmal länger als das angezeigt wird jetzt nicht überflaschen ok nice da mein chat hat sich da verabschiedet good job äh gut anizipiert wo die hingeht ja ich habe mir überlegt wenn die da hingeht dann hätte sie überziehen können oder bin ich da ok und oh hallo ari warte ich komm gleich entschuldigung jones ne ne ist ok ich bin tot ich habe euch vergessen ok was schon ach dumm oh sorry die hat ulti benutzt ne ja ja die hat keine charge mehr die ist leer darfst du noch einen auto attack schwarzen nach schwarzen wahrscheinlich viel schwarzen ja Das ist sauerkrank, ey. Das ist Ari, ne? Hat die schon DfG? DfG. Was? Echt nicht? Nö. Ah, okay. Die geht auf Kelch. Wir haben ja letztens gesehen, dass einfach auf Lissandra DfG gebaut wurde. Das sah hier beim... Ja, stimmt. Beim Cup. Genau, beim Cup. Sie sah biebelst krank aus. Ja, sie hat... Alle Swells und dann den DfG. Auf die... Auf den Ezreal. Das Gestörte war ja, dass die... Treben lange auf das... Sonja's verzichtet hat. Dadurch. Die hat dadurch nichts überlebt. Na gut, ich mein, du machst natürlich einen Burster mit der Ulti. Aber die kam nicht mehr dazu. Die ist halt immer davor verreckt. Ja. Ist halt Kralle reingegangen und hat halt die Ulti... Aber du wolltest irgendeinen... Korki zum Beispiel snipen. Und das geht nicht. Also da... Korki war der meistgepickte Champion in den ganzen Cup, ey. Ich glaub irgendwie... Achtmal oder ne, siebenmal mit allen Games. Jungs, SS. Bei mir ist niemand da. Die ist base, die kommt gleich zu dir auf die Lane. Ja, aber Kael ist auch weg. Nee, Bane ist auch gefahren sind. Bane krieg ich vielleicht mit den Hook? Bane ist Spotlight. Ah, hier ist er gekommen. Ah, nee, okay. Nee. Kael ist auch nicht da, was auch. Ich hab's gesehen, der Kev hat das jetzt auch, ne? So ein... Gripe. Mhm. Also hab ich nicht gesehen, aber... Kannst du über ihn denken, dass das schnell geht. Komm mal, Leona. Ja, ich bin da. Jungs. Wir kriegen Besuch. Was war das denn? Ohne Worte zu so... Ohne Worte zu so... Ich stricke vorher schon... Ich stricke vorher schon A und die scharzt sich an, geht aber hinter mich, sodass ich die dann nach hinten kicke. GG, Alter. Können wir machen, Dragon. Dragon? Okay, wir müssen erstmal überleben. Ja. 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 Oh, das war wichtig, Karik. Ja, sonst wäre ich gestorben. Oh, jetzt können wir die theoretisch killen. Okay, wir sind gestunnt. Komm zu euch wieder. Ach, scheiße. Komm, ich bin tanky genug. Ach, scheiße. Alter. Wir sind so weit weg. Oh Gott. Oh, Ivan. Oh. Gut gemacht. Counter Insect. Alter, wenn ihr die nicht killt, reporte ich euch beide. Hahahaha. Hahahaha. Parraigus AD. Alter Schwede. Hahahaha. Was soll ich machen? Ich bin oben. Hahahaha. 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 Rage-Mode ist activated. Rady, push. Gemütlich Tower. So muss es sein. Mehr tanken, mehr tanken kannst du nicht ganz ehrlich. Ey, du warst einfach zu weit vorne. Wir haben keinen Follower. Hab halt nur Beine. Ich kann nicht fliegen. Warte mal. Bin weg. Warte mal. Ich war alleine. Ja, warte mal. Warte mal. Einfach halt. Blubuff. Vati, du kannst mal versuchen, wenn die Blubuff machen. Ich hab den gewartet. Snipe den mit der Ulti. Ja, der hat schon gesmited. Der hat schon gesmited. Vati. Ey, wieso gehst du back? Versuch mal die Ulti auf den hier zu machen. Die Ulti auf Blubuff. Ja, ja. Ich hab schon. Jetzt noch nicht. Hahahaha. 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 Sorry. Was passiert? Das war super. Hahahaha. Was passiert? Was passiert? Ich hab mir nicht erschreckt. Du hast dir wirklich erschreckt, Vati. Oh. Da war ein bisschen Aufregung dabei. Ne, wir meinen den kleinen Typen. Ich meine, du sollst die Wolves töten. Hahahaha. 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 Oh Gott ey. Das war super. Ähm, wollen wir Drake machen? Nice Ward. Ne, ne. Ich mach keinen Drake. Hahahaha. 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 Oh, siehst du. Ich hab alle Mannschaften übrig. Das waren 65 Gold, die ich einfach zum Fenster rausgebracht habe. Hahahaha. Hahahaha. Du, ich war irgend'n teurer Vater. Ja, das stimmt. Hahahaha. Hahahaha. und die Arie Jungs ich bin auch da Oh Teleport moment Ach verdammte Axt Oh, der war gut Die£ war gut Bam WTF, Mann Oh, wenn du die slowest, das war's No Lange dauert Och, ohne die Schuhe Hey, kommt, ich komm mit, pass auf, die kommt von oben Ja wir sind, wir sind übelst in Überzahl Da lang Irgendwo Ja komm Haha, die machen uns platt Ja das war auch mein Fehler, ich hab ein bisschen zu spät reagiert Okay, habt ihn Oh, warte ich jetzt los! Oder? Nein! Jawoll, Out-Attack, Solo-In Ich hab meine ganze Combo gemacht während die Ulti gemacht hat Soll ich jetzt um von mir Nein! Oh Gott! Fick dich! Nein! Nein! Oh mein Gott! Da stunnt ihr mich Ah, der Junge hat sich gerettet Da wollte ich zum Dunk ansetzen Und dann No Halt ihn nicht vergessen, ne? Das Sonya ist, das kannst du dann nur aktivieren, wenn du eins drückst Was kann ich aktivieren? Wenn du eins drückst, dann bist du unverwundbar BATEN! Test das mal in der Base Das hast du jetzt hier unterwegs, ja Und Rennen Ja, los, los! Guter Schild Jawoll! Sehr gut! Boom! Nice Oh, schade Ich bin EFK-Fahrer Oh Gott, ich muss zurück Drück eins, drück eins, schnell, drück eins! Nein, nicht eins 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 bis er tot Ja, aber danach vielleicht Maxime, ich treffe schon was Ne, das Treffen ist super Aber ich meine, du kannst dich unverwundbar machen Ja, hier, ja, hier, hier Jetzt, jetzt, eins, eins, eins Jetzt, jetzt, eins, eins, eins Aaaaaaah Ohhhh, Ivan, was war das denn? Hätte ich dir eh nicht kennen können Drunk-Mode hier Ah, die hat keinen Tumble gemacht, Peric Wir machen, wir machen, wir machen Gokkin, Gokkin Drake, oder? Ne, ne, er wird überbewertet Okay Wozu, auch schon vorhin's Drake gesagt, keiner hat was gemacht Lieber Drake Ich smite, ich smite nur noch Ravs Jetzt kommt der Luxleiter Hier, Fadi, mach mal bitte, drück mal bitte einmal, drück mal bitte einmal eins, damit du das verstehst Und? Oh! Das wusste ich nicht, da hab ich was gelernt Das ist, da verhinderst du allen Schaden für 2,5 Sekunden Da überlebst du in vielen Situationen Super sexy aus Und außerdem die Sexiness steigt Oh nein, trodend Oh nein, trodend Ah, diese Minions Hätte der Schaden, Alter Was, oder? Jetzt töte mal den Tower, ey Den Tower, ohne Scheiß, Peric Mach's gut, Mike Alter, was seid ihr für Noobs? Du wärst, du wärst excited gewesen, Peric Was? Du hast nicht den Tower gekillt Hab ich nicht gesehen, sorry Okay, fahr damit beschäftigt Pack dir das, pack dir das bitte Dann furchte ich dir ab Oh, was? Was kam denn da angeflogen, ey? Ach, der Q von der Kayle Kayle macht dir übelsten Damage Kayle macht immer Damage Ja, Kayle und Arie machen beide immer Ist schon Level 12, Wayne? Was soll denn das? Er hat die Anset gelehnt Er hat die Anset gelehnt Er hat die Anset gelehnt Was? Er hat Level 12 Der Unter Er hat auch schon 3-0 Den hat auch schon 3-0 Kommen wir dazu? Dein Bloobabs sind viele Die Kommen wir mal in Red, ne? Na Hinten mal Dragon Ja, ja, warte mal Ich hab 5 Sekunden und hab mich wieder ult Brauchst du Hilfe, Ivan? Ja, das ist in der Nähe Wenn ihr in der Nähe seid, ist gut nicht schlecht Aber wobei, die kommen nicht gewartet Na ja, farm ruhig unten Ich hab' Wayne Facecheck gleich Ja Oder? Der geht hoch Ne, die haben da gewartet Gehen wir wieder hoch Ja Ja Red Buff von den ist ab Machst du mal mit? What the fuck? Gibt's hier bei Aurica am Start What the fuck? Der hat den noch gemacht, ey Das gibt's doch gar nicht Wieso kann ich das immer so Erst bei 2-3 mal klicken? Benutze ich das erst Wieso? Ich hab' mein Rad im ersten 10 Lass gehen Okay Warte, ich pushe den Tower weiter, das ist okay Ich denk bestimmt, da ist jetzt ein Bart Hier musst du aufpassen, ne? Ari kommt euch jetzt entgegen Pass auf, Mitte Mist, ne? Kann sein, dass die auch runterkommen Ja, die kommen zu zweit Gönn's Ari holen, ich hab' mein Ult noch Mach' mal jetzt den Tower-Tot Die kommen wieder bitte, Peric Die kommen bitte Ich komm' auch Von der Seite Sondern ich komm' vom River hier, vom Barrel Komm' auch Da ist er Die cleanen einfach nicht den Red Buff weiter Hier ist ein Ward fertig Was das passende wird Jawoll What the fuck? Oh, ich konnte nicht wieder aktivieren, weil ich zu lange gestunt war Macht übelsten Schaden, das Ding Alter, ey Was für'n Schaden krieg ich denn hier ab, ey? Ja, aber dein Teil macht auch übelsten Schaden Ja, das ist ja auch Eskaliert ja auch hart mit LD Ich krieg's glaub' irgendwie 1,2 oder so 1,4 Echt? Krass Aber das macht halt auch Halt auch ein Skinshot Ja, ja, aber schon Aber schon kannst auch poke Sicher Ja, aber das kannst du sehr gut antizipieren Auf einem Teamfight kannst du da Der hat keine Ulti Ja Was war der? Achso, das war der Was? Was? Ich muss, äh, Orakel holen Ja, ja, irgendwie 45 Sekunden Komm' mal her Leck mich, oh Oh, fuck Ich bodyblock lauf, oh nice Hier unten hat'n Orakel, das ist total anstrengend Ja, lauf' ich, äh Sacrifice dich? Ja, ja Ne, ne, ich hab' noch Flash, vielleicht schaff' ich's noch Oh, nice Oh, nice Nee 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 Ich wollt's jetzt auch nicht wasten, deswegen Ja, das war ne gute Entscheidung Weit' ich push' weiter Kommt der Insek weg Das ist okay, aber irgendwann musst du zurück wegen Mana Aber sonst, das ist nicht effektiv Ich spiel' mal den Tank, ne? Stadios musst du nur tanken Und mach' trotzdem so höchsten Schaden Das ist total interessant Ja, wo du da bist Einfach nur Q Q Q-Dong Quadradong Hier ist ein Warp, da ist ein Blue Warp, leckt mich ja mal Das ist ein Oracle Nee, hier ist grad einer abgelaufen, hier Was? Dann hat sich Leon da weit vorgewerkt Ich muss auch mal weg, ich hol mir mal Jetzt endlich meine Boots Weil die vom Form her sieht super aus Danke Also nicht Minutentechnisch vergleichs, aber Für das Game gut Für das Game gut, ja Ja, alle nicht so gut Geht's aber zurück, lieber Geht's aber zurück Geht's aber zurück Geht's aber zurück Wenn sie dich einmal slow, dann ist es vorbei Geht's aber nicht, doch Oh ja, zweimal Jandish Kurs Ah fuck, und ich hab mir jetzt drei Pings gekauft, während die nur Oracle hat Die wird's aber bald auslaufen Ja, okay Das hat ich schon übel lange Extrem lange Ich komm mir irgendwie länger vor, als vor dem Patch Als es fünf Minuten noch war Weil's halt nicht mehr weg ist, wenn man stirbt Oh, drei Viertel ist jetzt weg Und bei mir ist erst ein Viertel Ja Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie das Feuer war Ne, wenn man nie stirbt Na ja, aber Auf dem Tank war das später Bombe, ja, aber Für'n Supporter war's total useless Ist der Supporter jetzt mit den Items? Ja, aber trotzdem Ne, trotzdem Als Supporter musst du's so oft face checken Ja Die Bürste dich instant da Müssen aufpassen, wir würden ja auf jeden Fall erwischt werden Ja Wir waren eben da Die Van gammelt da oben rum Die können ja wirklich, die können doch kriegen Ich glaube, sie schafft keinen Port Los, Feili Ulti, sie weg Ja, ja Boom Ich glaube, da muss man da Ulti machen Ah, schade Aber du hast die passive provoziert Äh, die Ulti provoziert, das ist gut Die Van töte die jetzt Ah, okay Fuck Ja, ja Geht da los, oder? Warte, ich komm ja noch dazu, oder? Warte, ich komm glüber Warte, wir können die abfangen Warte mal, die wird jetzt face checken Warte, nee Warte, nee What? Oh, Alter, wie weit die schnell wieder weg ist Warte, fuck Ich weiß nicht Ja, Ulti alles Oh Gott Oh Gott, Ulti Ah Ich komm mal, ich brauch aber noch eine Weile What? Ah, gut Epic Grab Oh, Epic For Grab, ja I'm on my way, vielleicht kann ich ein bisschen clean Ja, ich kann clean, ja Dead Darus BAM Das ist besser Aber Ivan hat keinen Assist gekriegt Wow Da geh ich nicht rein Lay ist einfach nur OP, man Nooo Nein Nein Nee, ich hab sowieso einen Minion getroffen, glaub ich Alles gut Kay hat keine Ich hab die gerade unten gekillt mit Ulti, ne? Oh, sehr schnell Das ist auf Level 3, 45 Runden oder weniger Ja, das ist sinnlos, ohne Scheiß Das ist so krass So ne wichtige Ulti Nooo Nooo Oh, die Armee, die töten uns Nein Nein Nein, dieses Charme Ich fänke immer noch, Alter Oh, Minion Oh shit, ich bin so tot Oh, schade Oh, schade Ah, sorry Ah, da hätt ich dich Ja Dann hättest du auf jeden Fall gepackt Wieso hab ich mein Schild nicht aktiviert? Aber Fadi, töte den Tower GG Musst aber aufpassen, ne? Langsam musst du zurück Ja, ja, das weißt du schon Ikea könnte dir entgegen kommen Ikea verteidigt top Äh, jetzt musst du glaub ich zurück, ja Genau, ist gutes Timing Immer noch 3 Meter Kannst vielleicht noch einmal die Ulti hier reinballern, Fadi Wenn du die Minions gleich tötest Die hat eh keinen cooldown Naja, ist denn los jetzt? Ja, genau Fadi, was ist da los? Was falsch ist aus Kühlschrauben gefällt? Das war wirklich Ganz, ganz tief ins Griffierbach gepackt Äh, geguckt Das sah super aus Ich würd sagen, Straw Paul Wetten, ob er trifft Ja, ein Ranking einführen Ähm, ich würde den Drake machen wollen Den haben wir schon lange nicht mehr angeguckt Ask me if I'm listening Hint, I'm not Erstmal praktisch, du Ähm Pushst konsequent Und wir können die halt lange beschäftigen Dann können wir auch den anderen Lanes drauf machen Slip-Push, okay Verpeilen übrigens viele sowas Ähm, ähm Uh, Leona Los Oh, guter Stun Kale ist blind Links Nee, Kale wird nach oben gehen Hier wird der Bladen fallen, komm Ah, das ist aber rechts Wtf? Hä? Okay, ich geh nur noch Ich geh nur noch dort Alter, die Karte buggt so krass Keine Refs, Alter Nix ist hier Was sagt ihr eigentlich Hau auf der Karte? Der hat Jinx oder was? Ja Ja, schade Aber warte mal Der Damage ist Was wird der denn hier? 100 AD Oh, das war ein guter Kick BD ist hier Wtf? See you guys Bye Das war die Kille den Turm Team dabei Du befehl mein General Art Zack Boom Boah, bitter Das ist ein ganz schlimmer Tod Haha, das ist ein rolliger Tod Hallo Hallo Vorsicht Fadi, jetzt Ganz schnell, eins drücken Eins, eins, eins Boah Wird der Ulti weggedrückt Ah, schade Ah, muss trainieren noch Sorry Ey, Vayne ist übelst schnell Wenn du das Q und die ganzen anderen Fähigkeiten sofort triffst Alle anderen, dann hättest du sie mit Eimer töten können Vayne spielt jetzt gut noch Ja, das weiß Aber Ich hab die richtig geschwappen, Jungs Ja, ja, wir haben es auch erst zu spät gesehen Von hinten aber Von hinten aber Von hinten aber Da ist ein Wort Der Damage Der Damage Was für ein scheiß Damage Ich hab 300 ED, Mann Was meinst du denn, was dich für einen Charme macht? Also, hier können wir die Tower nebeneinander Oh, Alter Boah Ja, die zieht es durch Tower müssen fallen Genau so. Vorsicht Kay. Da musst du ganz zurück. Hier, nimm. Achso. Warte, ich komme entgegen. Warte, ich komme entgegen. Oh. Lass mal Kay holen. Danke. Die ist da. Sicher? Ne, die ist hier. Sicher. Lass mal schnell den Tower jetzt drücken. Welchen Tower? Also hier den. Wir sind einfach alle den Hibitoren frei. Zack. F-Push hier. Das war ein bisschen bitter. Bisschen. Ich bin Optimist. Boah, der Schaden. Alter. Ja. Oh ne, ich hasse Flash. Oh ne, ich hasse Flash. Du bist die Rakete, ja. Einfach nur ne Riesenrakete. Super Mega Death Rocket. Darius. Best, best Position ever. Das du mich da noch trittst. Dass du mich da noch trittst. BAM! Oh, schade. Wollte er doch den Kill haben. Nicht ganz gut zu dir. Ich dachte, jetzt schnappt sich die Luxe den Kill. Die Minions sind teil overpowered, ey. Was bringt denn der Wechsel? Machst du Splash Damage? Machst du mehr Damage? Der Range. Die übelste Range, ja. Höchste Range im Game, glaub ich sogar. Bei dem ist verrückt. Ja, ich glaub höher als das, höher als das da. Ne, drei wenige. Nicht? Auf Level 18 schon, oder? Ja, aber der Splash ist unnormal. Ey, der kritet ja komplett. Also irgendwie 400 Crit. Überall da. Die wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Nerf bekommen. Nee. Doch, glaub schon. Ist der nur ein AD. Ja, aber ich mein komm, du hast so Flächendamage-Kritten kannst du. Ja, aber wird in High-Elo-Ratings überhaupt nicht gespielt. Und da ist das einzige, was zählt für Ryden. Ah, geil, geil. Ja, ich bin drin. Noch nicht. Wie Servo-Jinx. Jinx ist zwar gut, aber... Ist halt squishy. DC-Team und GG, Alter. Oh, schade. Nein, ich bin halt gefiegt. Macht jeder AD. Jetzt bin ich gespannt. Ich geh mal nicht hin. Wie? Geh mal nicht hin. Was ist mit dir los? Na, ich wollte mal gucken wegen Jinx. Oh, ja, aber okay. Ich stehe da alles. Nein! Ich kann Execute. Die holen wir. Live. Let's go! Oh, diese Hooks, man. Diese Hooks. Die Insect-Power ist einfach zu stark. Oh, es war sehr schwer, deinen Q dann zu treffen, Ivan. Ich werde so die Gegner zwei Stunden lang festhalten. Hier, komm her, Ari! Was? GG, Ivan. Executed. 안incs, das war mal. Ich bin zumal. Ich bin zumal. Ich bin zumal. Du hast das. Das war es. Es war etwas. Du hast den Reisen,